. Ja, schön war es. Ich verstehe jetzt die Ossis besser. Ich habe nämlich gesehen, wie staatlich gelenkte Fernsehpropaganda gemacht wird. DDR 4.0 in die 100. Für mich war diese Sendung wirklich ein Anti-AfD-Theater. Ich habe nur die letzten 4 Minuten gesehen. Ich wusste nicht, um was es geht. Irgendwann habe ich dann geschneilt. Das ist doch Propaganda. Aber volle Kanne. Da wurden ja teilweise Laien-Schauspieler und auch Politiker der Linken dazu befragt, wie sie zur AfD stehen. Haben Sie denn die Sendung Die 100 gesehen? Ja. Und? Fand ich gut. Ehrlich? Ja. Also, es rumort im Volk. Und was macht man dann? Dann trommelt man, wie bei den Demos gegen rechts, 100 Gleichgesinnte zusammen und macht eine Fernsehsendung. Und da wird auf alle eingeredet und sie werden bloßgestellt, bis sie unter Tränen schwören, nie mehr falsch zu wählen. Sie kennen das von Maos Selbstkritik. Ich glaube, die Bürger sind gar nicht so blöd, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk denkt. Also, ich habe schon vor der Corona-Zeit meinen Fernseher verschenkt. Gut. Weil ich das nicht ertragen habe, wie ich da erzogen werden soll, selbst in Krimis. Gut. Die globalistische, klimasozialistische Einheitsfront kämpft gegen ihre Feinde. Aber wir leben ja in einer Demokratie. Ja, ja. Nee, nee, nee. Doch. Wir leben in unserer... Na ja, theoretisch. In einer theoretischen Demokratie. In unserer Demokratie. Unsere Demokratie wie in Deutsche Demokratische Republik. Genau. Wie? Die ARD kämpft doch nur gegen gesichert Rechtsextrem. Genau das hätte Erich Mielke auch gesagt. Das ist, das sagen wir ja auch. DDR2, äh, ja. Ja. Ich komme mir vor wie diese armen Bauern da in den Trakula-Filmen in Transsilvanien. Ja. Hu, hu, hu. Überall Vampire, ja. Dumm ist nur, dass die alle schon gebissen worden sind. Und sie wissen ja, was dann passiert. Komm wieder. Mach mich zu einem von euch, ja. Nee, nee, wenn die AfD Vampire sind... Dann bin ich schon, äh, dann beiß ich schon weiter. Ja, ja. Da ist doch klar, dass Ingo Zamperoni den Knoblauch herausholen und das Kruzifix aufhängen muss gegen die Blauen. Ich verstehe nicht, warum gerade die jungen Leute so rechts wählen. Das beschäftigt mich gerade. Weil es so viel schief geht. Also ich habe so den Verdacht, dass Sie nicht gerade zu den Linken gehören. Was haben Sie denn für eine Parteienpräferenz? Ich muss sagen, ich finde die AfD ganz gut. Mein Sohn möchte gern mal ein Auto fahren. Er möchte Geld haben. Genau. Und er möchte eine Frau haben, die nicht spinnt. Das ist ja alles löblich. Und wahrscheinlich auch nicht wirklich arbeiten, sich anstrengen. Das sollte so alles kommen. Ach komm, anstrengen tut er sich. Wer weiß das bei der Ampelregierung oder den Parteien, die Sie anscheinend gut finden, dass das schief geht? So sehen also diese Vampire aus, die infiziert sind. Ja, ganz schlimm, nicht wahr? Der Obervampir ist ja für alle Donald Trump. Ich bin so ein Vollidiot. Entschuldigung. Warum? Ja, da weiß keiner eine Antwort drauf. Trump ist ein Idiot und keiner weiß warum. Und für den wird ja überall sogar die Silberkugel poliert. Ja? Dann ist es ja klar. Den Obervampir, den darf man, ach Quatsch, den muss man töten. Ja? Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich über Trump relativ geärgert. Und dass die Situation immer noch nicht wirklich sinnvoll geklärt ist. Dass er nicht tot ist. Das fände ich jetzt unschön, das zu sagen. Also das habe ich nicht so verstanden. Weil ich dachte, man erklärt die Situation, wie man Vampire mit dem Silberpfeil tot macht. Und den Buchenholzpfahl, nein. Also ganz so würde ich es nicht sehen. Ich hätte es ja lieber gesehen, wenn das auf legale Weise gegangen wäre. Mit Knast. Genau. Für alle Zeit weggesperrt wäre. Der ist krank? Trump ist krank? Ja, der ist krank. Warum? Warum? Ja, was hat er denn? Mein ewiges Thema ist natürlich die Arroganz der Moderne gegenüber der Vergangenheit. Ich will es kurz erklären. Wir stehen hier auf diesem wunderbaren, herrlichen Platz in der Altstadt. Und da schreit mir jede restaurierte Fassade entgegen. Ihr Versager der Gegenwart. Ihr könnt nichts. Ja, was war sonst? Ja, Migration. Läuft. Olaf Scholz holt den Migrantennachwuchs höchstpersönlich. Hunderttausende kenianische IT-Sozialisten. Kyrgyzen, Osbeken, Filipinos. Wären die Afghanen eigentlich noch eingeflogen? Ja, oder? Ich stand letztens an der Ampel. Mir gegenüber standen in einer Reihe nur Immigranten. Und ich weiß nicht, ob die alle legal waren. Das sah mir nicht so aus. Ja, genau. Und die Rentner, die sollen jetzt bis 70 arbeiten. Die sollen jetzt hier unseren Fachkräftemangel ausgleichen, weil... Ja gut, es ist ja seit zehn Jahren wird über Fachkräftemangel hergezogen. Es sind Millionen Leute gekommen und es ist immer noch Fachkräftemangel. Ja, die kriegen es halt nicht mehr gebacken. Ja, verschiedene Länder werden ja jetzt nervös. Holland, Spanien, ne? Die haben ja gehört, dass Nancy Faeser und Friedrich Merz den Zuzug einschränken wollen. Wo also hin mit den ganzen Leuten, die normalerweise durchgewunken werden? Die Holländer wollen ja auch eigene Wege gehen jetzt. Ja, aber das kriegen sie nicht hin. Das weiß ich nicht. Hab ich schon gelesen jetzt nach dem Motto, die machen jetzt die, die maulen da bissl rum, aber die EU sagt einfach nee. Das, die werden sich umstellen müssen. Bin ich ganz sicher. Ja, da diese Holländer, die brauchen gar keine Angst haben. Es wird gar kein Zuzug eingeschränkt, null. Die Bundespolizei langweilt sich. Gestern am Flughafen habe ich ein 30 Euro Knöllchen bekommen, weil ich, Achtung, auf der Rückbank keinen Sicherheitsgurt anhatte. Dafür hatten die Zeit. Und Sie, geht es Ihnen gut? Ja, es geht mir gut. Wenn ich mit Ihnen rede, geht es mir prinzipiell gut, ehrlich gesagt. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Ich bin Marieprinzessin von Deutschland. Ja, siehste, dann geht es doch. Marieprinzessin von Deutschland. Persönlich. Geld fehlt, wie jede Woche. Aber woher soll man es nehmen? Soll man etwa den Machern dieses Handbook for Germany, das dafür sorgt, dass man Abschiebungen auf jeden Fall vermeiden kann, soll man den in ihre 15 Millionen Euro Zuschuss wegnehmen? Oder die Milliarden den Südafrikanern für die Klimawende in Südafrika? Oder die Hunderte Millionen für die U-Bahn in Ahmedabad in Indien? Nein, das kann man nicht. Dafür haben wir ja die Rentner und die Steuerzahler, nicht? Das, was sich gerade tut, ist zu erwarten. Ja. Und wenn man das so weitermacht, wird sich das nicht ändern. Ja. Hundertprozentig nicht. Aber Sie sind bemerkenswert gut gelaunt dafür. Ja. Ich bin ein positiver Mensch. Ja, aber warum? Ja. Die Regierung, ja? Sensationell. Sehr erfolgreich. Jetzt mit Bürgerräten auch. Ja. Da werden dann, wie bei dieser Sendung da, 100 genehme Leute ausgesucht, von Bertelsmann Stiftung und so. Und die werden dann gefragt, ob das, was die Regierung macht, so in Ordnung ist. Wie jetzt zum Beispiel soll Desinformation, also das, was wir hier machen, tatsächlich bestraft werden. Und dann sagen die, ja, auf jeden Fall. Und dann wird das auch gemacht. Anstatt Parlament. Sie kennen das vom Ethikrat. Ja, wir sind in die Hände einer Clique gefallen von Besessenen, die wirklich dieses Land nochmal so richtig runterranzen wollen. Also was der Krieg nicht geschafft hat und der Wiederaufbau nicht geschafft hat, das wird jetzt nachgeholt. Und das sind alles Leute, die Deutschland hassen. Also buchstäblich hassen. Ja. Soll die Regierung Fleischkonsum durch Steuern verteuern? Ja. 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 Ernährungsrat. Ist das Thema der Woche? Was ist denn Ihr Thema der Woche bitte? Auswandern. Ja. Warum? Ja, weil es mir hier in Deutschland nicht mehr gefällt. Ach du lieber Gott. Jetzt, wo es gerade alles so gut läuft mit Klimawandel und mit Great Reset und so. Ja, ja. Die Politik läuft gut. Es läuft alles gut. Ich kann einmal nicht verstehen, wieso so viele Leute die CDU wählen. Das ist doch ganz einfach. Also die älteren Leute, also die abends tatsächlich noch die Öffis schauen. Ja. Denen passt auch ganz viel nicht. Und die wollen natürlich auch so rechts wie möglich wählen. Ja. Aber die kriegen abends ja von der Frau Hayali oder von der Frau Miosga die AfD streng verboten. Also ist so rechts wie möglich CDU. Und bingo! Hast du das Siasco. Was wählen Sie denn? Wen wählen Sie denn? Ob ich das sagen soll? Na, ich weiß es ja. CDU natürlich. Ja, ja. CDU natürlich. Ja, ja. Ja, haben Sie recht. Ja, aber warum? Wie groß muss die Amnesie der Gedächtnisverlust sein, wenn man immer noch glaubt, dass das alles gut wird, wenn man die CDU wählt nach 16 Jahren Merkel? Ja, die muss schon groß sein. Ja, aber jetzt sind wir ja zwischen Baum und Borke. CDU, AfD darf man nicht, Ampel will man nicht und jetzt wählen Sie CDU. Ich muss aber nächstes Jahr meine Wahlunterlagen mir schicken lassen. Ach, Sie wählen dann von Spanien aus die CDU? Ja, die Türken wählen ja auch von hier aus den Erdogan. Warum soll ich das nicht andersrum auch so machen? Aber warum wählen Sie CDU? Mir geht dieses Bild nicht aus dem Kopf von so einem kleinen CDU-Mann, der auf der Bühne das Deutschlandfähnchen schwingt. Das ist Herr Gröhe. Danke, ja. Merkel reißt es ihm aus der Hand. Ein Sinnbild. Und er applaudiert. Ein Sinnbild. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Frau, wie ist denn Ihr Name? Anna Nguyen. Ja, in Frankfurt. Kann das nicht sein, dass Sie diese AfD in Nguyen sind? Das kann schon sein. Ja, die bin ich tatsächlich. Muss ich zugeben. Ein Mitglied? Ein Mitglied und eine Landtagsabgeordnete. Ach, du halber Gedimber. Das schneiden wir. Was ist denn Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Sie ist die Nummer eins in meiner eigenen 100-Sendung. Wir fangen jetzt auch an mit die 100. Und da ist sie jetzt Nummer eins von den handverlesenen Teilnehmern. Herzlichen Dank. Gerne. Wir lernen eben von den Besten, nicht wahr? Vom NDR. Genau. Sie sind soeben Nummer zwei in meiner Sendung, die 100 geworden. Ich bin 100 geworden. Nein. Das ist nicht mehr lange. Sie ist die Nummer zwei in meiner eigenen Sendung, die 100, habe ich den Eindruck. Da komme ich. Ja, genau. Gar kein Problem. Hier braucht man auch keinen Zettel vorher geben. Nein. Kommt so raus. Kein Problem. Ja, 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 ja. Ja. Was war sonst noch? Ach ja, genau. Die Masken kommen überall wieder. Ja? Ja, ich bin zwar geimpft worden, aber ich habe es bereut. Ja, das glaube ich. Wie? Einfach nicht mitmachen? Ja, aber Sie wollen doch in Skiurlaub fahren. Die Nachwirkungen, die kriegt man ja erst später, ne? Ja. Das kann ja Jahre später auftauchen. Natürlich, natürlich. Wie? Sie haben einen Impfpass-Fälscher? Ja, kann der denn auch die neuen elektronischen? Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie eine gewisse Ähnlichkeit mit Matthias Matussek haben? Ja, das kriege ich öfter. Ja? Und? Ich bin das natürlich ... Also, erstens bin ich da natürlich geschmeichelt. Ja. Weil ich bewundere den Matussek. Ehrlich? Der Matussek, der hat ein Herz aus Gold. Der ist manchmal ein bisschen naiv, gutmütig. So ein lieber Mensch. Ja. Und natürlich auch ein großer Künstler. In meinen Augen. Da gibt es ja Leute, die genau das Gegenteil sagen. Ja, 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 ja. Lieber Herr Matussek, sorry, dass ich auf den Doppelgänger reingefallen bin. Ja, es tut mir leid, aber gut. Ja. Ja, was willst du machen? Ja. Und hier klicken Sie bitte, wenn Sie zur Sonntagsrunde kommen wollen. Kontrafunk Sonntagsrunde. Und hier unten können Sie den Kanal abonnieren. Das wäre auch wichtig.